So, jetzt bin ich hier in der Müllerstraße 15. Es ist 23.40 Uhr am 3. Dezember 2011. Heute haben wir in der Kaufingerstraße ja den Adventsgelander geklebt, die Nummer 3. Um schon für morgen vorzusorgen, habe ich hier in der Müllerstraße jetzt mal die Nummer 4 geklebt. Und als Clou könnt ihr euch ein Post-it mitnehmen. Das ist ein Smiley und diese Adventsgeländer heißt Take a Smile. Am Montag sind wir dann in der Kaufingerstraße wieder und kleben beim Buglers. Seid gespannt, da werden wir uns auch was Neues überlegen.